Moin moin und herzlich willkommen zurück zur Let's Play Super Mario Odyssey. Wir waren mit dem Forstland beim letzten Mal so durch. Also wir haben den Endbus besiegt, der war ganz ganz komisch und heute sind wir hier im sogenannten Seeland. Es geht quasi in die erste Unterwasserwelt und Unterwasserwelten habe ich eigentlich ja immer sehr gut und gerne gehasst. Und ich hasse es auch hier, wenn die Taler wegschwimmen und zwar ins Wasser. Das ist etwas, was mir gar nicht gefällt. So, mal schauen, was wir hier alles machen können. Da hinten will schon jemand mit uns reden. Aber hier ist erstmal der erste Mondfischgeg am Seeufer. Okay, so viele Monde brauche ich gar nicht mehr. Spicy Nagelpeer hat mir schon geschrieben beim Wüstenland, wo es noch ein paar, ja, paar Monde gibt. Mal schauen, ob ich die bei Zeiten hole oder ob das ein Let's Play wird. Ein relativ kurzes Let's Play. Da muss ich mal schauen. Tauchen geht wie? So. Oh ja, sowas liebe ich. Wenn man das schon nicht schaffen kann. Dieses Tauchen. Dieses Tauchen, dieses Schwimmen. Okay, wir haben es geschafft. Und ein Mond. Okay, das war jetzt aber zeitlich sehr angenehm. Für mich zumindest. Im kühlen Nass die Notenjagd. Die blöde Notenjagd, um ganz genau zu sein. Hallo, Mario. Ach komm, mach das Ding doch auf. Kann doch nicht so schwer sein. Direkt hinter mir, du gehst zum Aquaground. Aquaground. Okay. Nee, da will ich noch nicht hin. Okay, mit... Hä? Mit... Hä? Also, wir schwimmen nur mit den Richtungstasten. Okay. Die Mütze kann ich auch noch werfen. Okay. Sie haben die Treppe zum Abwag... ...gerund, so skrt. Ach, wenn ich nichts... ...nichts drücke. Hä? Hä? Moment, wie geht denn jetzt das Schwimmen genau? Ah. Nee, zum Ganzen verstehe ich das nicht. Ist doch wurscht. Vielleicht kommt das ja noch. Oh, schön. Glitzer, 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 glitzer. Was willst du denn tun, hübsche Frau? Oh, der hat diese Handlanger. Der ist ungeheuer. Sie sind hier völlig ungebeten durchgerauscht. Sie haben das schöne... ...oder, das schönste ist Nixenkleid. ...unseres Landes gestohlen. Fürchterlich. So kann man... Ja, so kann man es sehen, wie man will. Ob das fürchterlich ist oder nicht. Man weiß es halt nicht. So. Man muss mal hier kurz umsehen. Ja, ich muss sogar dahinter her. Ja, ja. Da hinten gibt es noch eine große Kiste. Okay. Da hinten gibt es noch eine große Kiste. Genau da oben. Da will ich mal hin. Da könnte sich ein Mond auftun. Also wenn man noch springt im Wasser ist man auch schneller. Ja, ist man auf jeden Fall auch schneller. Aber guck denn hier. Ach, da sind diese Blöcke, wo ich nicht weiß, wie man die kaputt macht. Da könnte Spicy zum Beispiel gerne was drüber schreiben. So, hier hinter war klar, dass hier was Verschrecktes übernehmen kann ich hier auch nicht. Meistens kann man ja noch nicht alles... Oder man kann in der Regel nicht alles holen. Wenn man noch nicht alles hat. Also wenn man den Boss auch am besten noch nicht besiegt hat. Dann geht das gar nicht so ganz leicht. So. Äh. Okay, cool. Wie geil ist denn das gemacht worden? Da musste man mit der Mütze da irgendwie so einen Schalter betätigen, damit man hier runterkommt. Alles klar. Okay, so komme ich wieder hoch. Oh je. Oh je. Aber bitte ganz schnell runter. Gebe auf die Skacheln. Ja, genau. Gebe auf die Skacheln. 8. Oder schwimmt erstmal die schönen Skacheln hinein. Aber wenn man ein B nicht drückt. Okay, so habe ich es verspannt. Dann geht er nach unten. So, Mario. Kann ich dich übernehmen? Wollte ich gerade fragen. Ich kann dich aber mit der Mütze töten. Okay, das geht nicht. Guckt euch das mal an. Kann ich euch gar nicht übernehmen? Ja, genau. Tauchen. Auftauchen. Okay. Unter Wassereingang. Fische müssen nicht auftauchen, um noch Luft zu schnappen. Ich merke es gerade. Oh, was ist denn das hier schönes? Och, Nessi. Oh. Falls das Nessi ist. Oh. Oh, ich will da hoch. Ich will da hoch. Ich will da hoch. Ich will da hoch. Gib mir deinen Mond. Aus dem Weg, bitte. Oh, ich weiß jetzt nicht, ob das so clever war. Ich bezweifle es. Ja. Nessi. Danke für deinen Mond. Hoppe, Doré. Okay, Nessi bist mir durchaus lieber. Okay. Wir bleiben mal hier. Am Land. Ich fühle mich am Land sicherer. Ist aber schön. Oh, ist das schön. Nice. Unten. Nach unten. Nach unten. Aber die Kamera ist gewöhnungsbedürftig. Ja, und die hier einzusnacken auch. So. Das ist abtauen, das ist auftauen. Okay. Hier war nämlich noch was. Ach, du kannst mich treffen, du bist immer aber ein Arsch. Schieb, schieb, wechseln. Ach so, man soll da wechseln? Okay, hab ich jetzt nicht gemacht, aber passt schon. Oh, mit dem Schnäuze, das haben die sonst gar nicht. Nö. Philipp, nach vorne geht mit dem Steuerkreuz. Okay, hab mir jetzt nichts gebracht. Kann man dich auch übernehmen? Das wär krass. Krass, aber auch geil. Verschwinde! Vergiss es. Du kannst hier drin nicht atmen. Ach so, ich bin jetzt hier drin. Ach so, okay. Alles klar, das ist hier drin. Du gelangst durch den Schacht hoch aufs Dach. Okay. Also, die Welt hat schon irgendwie was. Per Aufzug komme ich hier raus. Okay. Okay, ja. Wo ist jetzt hier Wasser drin? Mario, schwimm! Schwimm! Okay. Ich weiß nicht, ob mir das jetzt irgendwie in welcher Form auch immer hilft. Gar nichts. Ach, das ist schon der Gegner, ey. Da sind ja schon die Gegners. Die will ich aber noch nicht. Ach, das ist ein Reißverschluss. Verschluss. Jetzt. Kapiert. Ein Reißverschluss ist das. Okay. Da drüben? Wie komme ich da drüben? Okay. Okay. Das ist eine Röhre. Okay. Die Röhre ist interessant. Philipp, riskiert das mal was? Was ist denn nichts? Ja, untypisches? Sag ich doch. Ach, hier komme ich so hin. Okay. Da habe ich nichts gesagt. Nehme ich gerne mit. Kopfgeperrt. Dankeschön. Okay. Das Level gefällt mir schon. Hat aber auch so seine Macken. Hat aber auch so seine Macken. So komme ich die Tür. Ja, perfekt. Ab in den Bonusbereich. Ab in die Röhre. Oh, nö. Nicht so ein Scheiß. Oh, nö. Oh, nö. Oh, nö. Oh, nö. Oh, nö. Oh, nö. Und das ist eigentlich nicht so schwer. Dann haben wir schon den Mond. Ein Mond für Pixel Mario. In der Klippe. In der Klippe. Eigentlich gibt es immer zwei, habe ich gehört. Okay, komme ich hier weiter? Bloß hier der Geist an das Platz sein gewöhnt. Ja, natürlich. Da bleibt nichts anderes übrig als Mario, oder? Juhu. Okay, da könnte ich wieder runtertauchen. Jetzt will ich das. Ja, ich will. Äh. Kann ich gar nicht, wenn ich das will. Aber was sagt denn hier die schöne Nixe? Die Handlanger von Ungeheu sind mir ein Graus. Sie haben unser geliebtes Nixenkleid gestohlen. Schön. Und heu nicht so viel rum. Mir ist schon genug Wasser. Ähm. Nur tatsächlich. Hier ist ein Dach, aber hier kommt kein Wasser rein. Alles klar. Alles klar. Da unten. Da war ich ja noch gar nicht. Da ist der Schaub. Wir finden uns ein Schnixenkleid. Willkommen. Leider besuchen Sie uns zu unruhigen Zeiten. Ja, ich will was kaufen bei euch. Oh, ich kann bei euch nichts kaufen. Okay. Hier wurde also das bisher... Wir hatten hier, ernst, ein herrliches Schnixenkleid im Schaufenster. Aber dann hat dieses Ungeheu ist gestohlen. Ja, der größte Schaub unseres Landes einfach geklaut. Wow. Ein Schaufenster. Im Unterwasser. Sehr viel Logik. Was sagst du mir denn? Wenn du einen weiten Weg ins Seeland reist, wäre es angebracht, schwimmtechnisch gekleidet zu sein. Um unser Ausgangsraum durchgelassen werden, musst du wie ein Schwimmer gekleidet sein. Reisen hat du überhaupt nichts... Okay. Alles klar. Schwimmbauschganden. Okay. Gehe mich auch wieder weiter. Oder beziehungsweise wahrscheinlich zurück. Jawohl. Moment, 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 Moment. Kann ich daran... Nein, kann ich nicht. Das ist doch ein Kack, ist das, ey. Ja, fiesen... Ah ja, Entwickler. Es war so klar, dass ich eine nicht bekomme. Ist die Sonne noch da draußen? Ja, es ist noch da draußen. Pipmatz. Was sagst du mir? Crash! Wo ist das so? Ah, ich weiß, ich weiß. Ah, ich kann es dir nicht verraten, aber ich gebe dann hier mal es unpassend gekleidet. Hieß Ihnen, wo Verschreck-Suri? Ah, ja, genau da hinten. Okay. So, was kann denn? Botschaft angekommen. Ach, hier war ich noch gar... Ach so! Ja, mir fehlt nämlich auch noch hier... ...dings. Die ganzen anderen... ...komm mal her. ...komm mal her. Dankeschön. Genau, diese Mini-Monde-Filme nämlich noch. Ey, denn eine Antenne drauf, kann das sein? Oder wo kommt das Licht von dem her? Das ist auch noch was? Ich habe das genau gesichtet. Okay, da komme ich nur mit Mario rein. Hier ist auch noch etwas da unten. Da ist auch noch was versteckt. Oder? Ne, sieht nur so aus. Hier will ich auch rein. Hier ist nämlich auch ein Mond. Weg mit euch. So, jetzt haben wir schon drei kleine Monde. Und Mario... ...mach doch die Backen auf. Oh, das ist ein weiter Weg. Oh, das ist ein weiter Weg, Mario. Oh, das ist ein ganz weiter Weg. Schwimm, schwimm, schwimm. Oh, okay. Ich war ganz unten. Ja, bin der Schnapp-Attacke... Ist man da wirklich schneller unten? Das weiß ich jetzt nicht unbedingt. So, ich brauche hier auch einen Fisch. Dankeschön. Okay, das Unterwasser-Level ist echt angenehm. Das ist echt angenehm. Da war keine Monde mehr. Ne. Da waren keine Monde mehr versteckt. Moment, war ich hier schon drin? Da komme ich leider nicht rein. Im Moment kann ich hier... ...mehrfach einen Wandsprung? Nö. Okay, hat sich erledigt. Da geht noch gar nichts. Wo war jetzt hier kurz die andere Schicht? Da war die Schicht im Schacht. was passiert wenn man eigentlich keine luft ich will es gar nicht wissen oder schaffe ich nicht oder schaffe ich nicht oder schaffe ich nicht doch okay er hat aber viel zeit danach noch okay halt ich will da rein ich will da rein ich will da habe ich doch alle drei gesammelt scheiße 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 nach oben mit dir nach oben mit dir nach oben ja da wollen wir okay ich finde die zwei anderen dinge noch nicht ihr zwei kleinen skins ich habe ich nicht so hoch ach da unten ja genau genau mich da hoch nach oben du gehst aufs dach wenn ich halt moment das ist mir hier ein rätsel weil ich ja gerade sagen ich gehe nicht ohne grund da vielleicht habe ich die nicht gesehen kann aus sein was machst du war das jetzt von vorteil wer muss ne ok so kann mich da jetzt aber nicht doch moment ist eine blume da kann ich eine schimpfattacke mitmachen ja und so komme ich da hoch alles klar also komme ich da rüber so ein mond war kein multi bist ein drecksack bist du da drüben muss ich auch noch irgendwie hinkommen oder war ich da auch schön oder war ich da schon nächste frage gute frage okay der mond ist jetzt da oben du kriegst ja moment ich kann den ja aktivieren ja da komme ich auch ganz einfach oder was ist wohl in der kiste jetzt habe ich mich auch gefragt okay da komme ich dann auch darüber das ist auch nicht wirklich schwer ja da oben war auch noch was alles klar gesichtet und da sind auch noch drei marken gut zu wissen kurz gucken hier ist nichts ist nur da hinten war es okay alles klar haltet hat mario nicht nach unten ja da war auch noch eingang alles entdeckt alles richtig gesehen wir wollen ja auch schließlich mal was erkunden ein bonus bereich ja